Hallo meine liebe Schüler, wie geht es Ihnen? Ich hoffe gut. Ich heiße Frau Asmee, German Teacher. Heute sprechen wir über Direktation 8.10. Direktation heißt so viele Sachen. Slide number 3. Die Adjektive und ihre Gegenteile. Adjektive and opposite. Schwarz, Schwarz. Pläck, Pläck. Weiß, Weiß, White. Lang, Lang, Long. Lang, Long. Kurz, Short. Dunn, Thin, Dick, Fäte. Groß, Big, Klein, Small. Ganz, Unbroken, Kaboot, Broken. Zauber, Klein, Schmutzig, Dirty. Alt, Old, Neu, New. Schoen, Beautiful. Hisslich, Ugly. Interessant, Interesting. Langweilig. Boring. Net, Nice or Cute. Doof. Doof oder Blood bedeutet silly in English. Silly. Hier, Nicht hier, Not here. Nächste Slide. Die Frage, Worte wie, wie bedeutet heu in English. Heu fragt nach Namen. Alter, Adjektive, Befinden. Name, wie heißt? What's your name? Alter, wie alt bist du? How old are you? Befinden, wie geht's dir? How are you? Und Adjektive, wie. Beispiel, number one. Der Blei-Stift ist weg. Number two. Das Lineal ist kaput. Broken. Nummer drei. Die Eisenbahn ist super. Nummer vier. Die Karten sind schmutzig. Sind die Karten hier die Plural? Nummer fünf. Wie sind deine Karten? Meine Karten sind alt. Alter Adjektiv fragt nach wie. You have exercise. Nächste Slide. Schreib das Gegenteil. Number one. Groß. Klein. Ja, richtig. Ganz. Kaput. Nummer drei. Dunn. Dick. Nummer vier. Alt. Neu. Nummer fünf. Schmutzig. Sauber. Nummer sechs. Klein. Groß. Nächste Slide. Was passt hier nicht? Different word. What's wrong here? What's different here? Number one. Groß. Lang. Lang. Kurz. Neun. Wir antworten hier neun. Alle hier Adjektive und neun die Zahlen. The numbers. Nummer zwei. Sauber. Toll. Kurz. Sind. Sauber. Toll. Kurz. Alle Adjektive und sind hier Verb. Schmutzig. 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 Klein. Dick. Alle Adjektive und hat hier Verb. Nächste Slide. Wähle aus. Schmutzig. The correct answer. Better ist nett. Aber Klaus ist nett. Gegenteil. Blood. Nett. Blood. Nummer zwei. Dein Bleistift ist hier, aber mein Bleistift ist hier weg. Hier weg. Nummer drei. Ich bin lang, aber mein Freund ist neu, oder kurz, oder toll. Lang, Gegenteil, ist kurz. Nummer vier. Ahmed ist dick, aber Mohammed ist neu, alt, dunn, dick, dunn. Das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und auf Wiedersehen.